Musik Hallöchen hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Lautsprechern. Willkommen bei einer weiteren Newcomer-TV-Show. Hier live sozusagen in der Aufzeichnung aus dem wunderbaren Newcomer-TV-Studio in den Tiefen des Taunusses. Ich möchte euch zurückführen zur vierten Newcomer-TV-Nacht, die unlängst in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel stattgefunden hat und wo wieder vier ganz ausgezeichnete Bands am Start waren. Und zwei davon möchte ich euch heute in dieser Sendung vorstellen. Wir fangen an mit einer Band, die eine Art Alternative-Indie-Rock macht und noch ganz jung ist, sich auch erst, ich glaube, seit ein oder maximal anderthalb Jahren gefunden haben. Sie kommen aus Frankfurt und haben uns total umgehauen mit ihren wunderbaren, frischen Alternative-Indie-Rock-Sound. Und willkommen heute Abend als erste Band The Urban Socks. Musik 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 It was Friday, once again We had broken up again As I sat down at the bar with my friends Finally started feeling a little more content We have been here before But we keep coming back for more Now it's time to move on Tell me how But I, no I just can't No, I want to pretend No, I can just be your friend No, in the end three quarters of love I'm never enough And they bring us around a pier again I am wondering I know it's time to move on But the bond that we feel is so strong Got to be on my own For a while I, no I, no I just can't No, oh, oh I want to pretend No, oh, oh I can just be your friend No, in the end three quarters of love But the bond that we feel is so strong No, oh, oh, oh Wie habt ihr euch kennengelernt? Also, weil ihr seid nicht zusammen im Kindergarten groß geworden, oder? Also, ihr seid alle... Das wäre echt cool, aber leider nicht so. Ja, erzähl mal die Geschichte. Lea. Also. Also, Till und ich machen seit 2018 zusammen Musik und auch in anderen Bands davor schon. Wir haben uns beim Studium kennengelernt, aber beide abgebrochen. That was good. Sven und Morando haben auch schon vorher zusammen Musik gemacht. Ich glaube auch in der Schulband oder so, ne? Ja, und dann haben wir uns über einen Kommilitonen von meinem neuen Studiengang kennengelernt und haben dann noch einen Bassisten gesucht und den haben wir in Bela gefunden, den ich auch vom Studium kenne. Genau. Und. So, I went to my safe to see how French guys kiss back then I also thought I'd never fall in love again And I did for one night until the morning And as I sat down at the fear at 2 a.m. I feel like I'm alone in this I feel like I have not felt my place Yeah, yeah, yeah Like I have not felt my place I traveled so far Oh, I traveled so wide, seen London and Rome, no one by my side. I traveled some more and then returned home, only to find out you've been there all alone. You've been there all alone. Like them, she'd only been one and the more. They were good, nothing wrong, but not exciting anymore. And I see death there in the club all on her own. Feeling the gaze on her skin, she wondered if she had reached her, I'd go. She wondered if this was a dream. She traveled so far, she traveled so wide. Where we sing New York, with him by her side, they'll travel some more and still walk alone. Stay in her own pace, to find herself on her own. Oh, 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 oh. Also wir haben selber kein Studio. Wir waren bei befreundeten Leuten von uns in Frankfurt für die Aufnahmen, für die EP-Aufnahmen für Sirius Jofer. Ist jetzt mittlerweile in allen Stores erhältlich. Ich lade es euch gerne runter, stimmt das gerne. Ja, shameless, na klar, dafür sind wir ja auch hier. Nee, aber wir haben selber keins. Wenn wir die Videos machen, dann haben wir jetzt für die letzten paar Videos befreundete Videografen zu Rate gezogen. Ich selber studiere das auch so ein bisschen und mache irgendwie auf den, ja, ich studiere das auch und verteile irgendwie die Videos, mache die Videos auf den Social-Media-Kanälen. Für die Musikvideos wenden wir uns aber an andere Videografen, die eben auch mit uns befreundet sind. Grand Lab Media, vielen Dank nochmal. Kevin Schmitz, vielen Dank nochmal. Und auch meine Schwester, die für uns ein herrliches Lyric-Video gezaubert hat. Und dazu nochmal an Emily und Noah, die uns da auch unterstützen finanziell als auch sowohl mit Requisiten. Die machen auch vieles für uns möglich. Die haben uns Handtaschen gegeben. Perfekt, braucht man immer. Ja. Auch === W fique! Auswirkendet-Geräusche Wir leben-Viranch tofen, Ihr Acho ist an Ich Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Don't you go around my head, ma No, we are now, oh, my, oh, my We don't even know, ma, no, ma Still I know I'm holding on, go back And it was all I was hoping for And it was all I was hoping for And it was all I was hoping for So I'm gone, until I find your face Until I find your face Until I find your face I've been waiting Do you know I won't go back I left them all And now we're living on one track, yeah I told you once I can never leave And I think that I can never leave without your heart And I hold my home with your hands And this is your only goal, yeah We only get into that dance And promise you, we till the school dance Für die Leute da draußen, die Forum nicht kennen, progressiver Indie-Rock aus Frankfurt seit 2018 Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch im Supermarkt kennengelernt? Ja, in der Auflaufform-Abteilung, deswegen kommt der Name Forum dann Ah, okay Nee, ich glaube, es sind da ziemlich lange Wege Also, aber über so Dating-Sites zum Beispiel Ich hab den Michael über OKCupid kennengelernt Und ich glaube, der war damals in einer offenen Beziehung Und da war er mit Andi zusammen Und dann, also es hat eigentlich romantisch erst mal angefangen Ja, cool Und dann haben wir bemerkt, okay, ja, also rummachen ist auch schön Aber wir machen rum alle im Takt Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Bands stattdessen Ja, großartig, ja Wir werden jetzt hier nicht mehr 울st dich, weil wir sonne jetzt HUBER Und dann müssen wir übers 좀 gar nicht im Takt Und dann können wir uns indem-Es dann Und dann können wir uns doivent Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020